Willkommen zum nächsten Mod Review. Ich zeige euch heute den World Generation Editor Mod, auch kurz Wedge genannt. Was macht der Mod? Also wir erstellen uns am besten erstmal eine neue Welt. Nennen wir Wedge. Dann, hier sind die neue Einstellungen, Create Wedge World. Also da kann man jetzt seine eigene Welt machen. Machen wir mal Craziness, wenn wir das mal ganz hoch machen. Das lassen wir mal so. Mal sehen, was passiert. Es lädt, es lädt. Man kann leckten es ein wenig. So, ja. Okay. Es leckt nur. Okay, jetzt sind wir wieder da. Ich mach mal den Fleim dran. Und den Mod, dass man seine eigenen Welt mehr stellen kann, mehr oder weniger. Diese Formen sind sehr wild, will ich mal sagen. Also, man kann riesige Höhlen-Systeme, dann kann man die unmöglichsten Bergformen machen, man kann Diamanten an die Oberfläche kommen lassen, man kann die ganze Welt stellen, man kann den Ozean, also das Wasser, kann man das Laber machen und alles Mögliche. Man kann, was haben wir noch, Biom-Code ändern, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, diese irren Formen, das ist jetzt easy für einen Einsteiger, wenn man so eine Welt erstellt. Ich zeige euch das mal eben mit Experten, neue Welt. Okay, da machen wir Experten. Hier kann man irgendwie die Koordinaten einstellen. Ach, da hab ich auch keine Ahnung. So, Badrock, also kann man Badrock einstellen, was es sein soll. Da kann man Lava, dass wir sich Sand nehmen. Ähm, dann kann man den Ocean-Fill-Block machen, wir auch mal Kies, Eisfill-Block, also das Eis wird dann zu Schnee, Main-Fill-Block zu eher Pflasterstein. Das kann man ganz lustig machen. Kommen wir mal hier, die sind ein wenig undurchschaubar. Äh, hatten wir schon. Ne, warte mal, hier sind die Dungeons, da kann man die Dungeons, ist ja mindestens auf Ebene 0. Kann man hier auf 512, ich weiß mal nicht, ob es die gibt, aber egal. Hier kann man, äh, die Spawn-Nünen einstellen von verschiedenen Nerzen. Dann, ja, können wir uns auch mal gerade die Welt angucken. So, nur noch die Info, die ist ganz leicht zu installieren. Ich meine, nimmt einfach, man braucht Moslauder und die Match-Datei. Das ist, glaub ich, nur ein oder zwei Class-Dateien, die tun wir einfach in Minecraft da, oder noch die um MC-Patcher. Okay, ich glaube, wir finden jetzt keine, es gibt einen Buchstoffen mehr, aber egal. Das war's gewesen sein, wenn's euch gefallen hat, dann abonniert doch bitte. Das war's gewesen sein, wenn's euch gefallen hat.